In dem heutigen Video geht es wieder mal um ein Interviewformat, ein Remote-Dreh kann man sagen und zwar mit dem Jannis von Jannis Production. Wir sprechen einerseits natürlich um unsere Erfahrungen am Set, das heißt was können wir dir als Creative Director oder als DOP mit auf den Weg geben, ganz konkrete Tipps. Es wird heute auch ein bisschen um das Thema Imagefilm gehen, das finde ich auch mal ein sehr, sehr spannendes Thema. Er wird so ein bisschen von seinen Kunden und Projekten erzählen, ich werde ein bisschen von meinen Kunden und Projekten erzählen und am Ende des Videos gibt es dann noch einen schönen Hinweis, das heißt einen Hinweis wo es dann das Video gibt, wo ich dann quasi das Video beziehungsweise das Interview beim Jannis auf dem Kanal gegeben habe, das heißt auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ja und nach dem Intro geht es los. Carsten, verrate mir doch erstmal Imagefilme, was bedeutet das für dich, denn ich habe oft die Herausforderung, wenn ich mit Kunden spreche, jeder verwendet die Begriffe ein bisschen anders, oft fragen Kunden bei mir Imagefilme an und ein Gespräch, Christa sieht sich ein bisschen heraus, dass sie das meinen, was ich jetzt zum Beispiel als Produktvideo bezeichnen würde. Was macht für dich ein Imagefilm aus? Was ist für dich ein Imagefilm? Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich finde, dass das Thema Imagefilm im Allgemeinen sehr, sehr breit ist. Das kann tatsächlich auch gemeinsam, dass man ein Produktvideo für eine Firma produziert beispielsweise oder ein Interviewfilm zum Beispiel in einer Werkshalle mit einer Industriefirma. Aber für mich ist der Imagefilm eigentlich noch mehr, das ist wie so eine Art Medium. Ein Imagefilm kann ein Werbespot sein, meistens ein beauftragter Werbespot, also es steckt meistens ein Kunde dahinter, meistens eine Firma und die beauftragt dann einen Produzenten einen speziellen Film zu machen. Man hat früher auch dazu gesagt, Editorial, das ist eine gesetzte Anzeige, die aber mit redaktionellen Inhalten bearbeitet wird. Denn der Imagefilm, zumindest jetzt bei uns, wird meistens von einem Redakteur oder einer Redakteurin bearbeitet, das heißt auf Papier gebracht. Das kann natürlich auch ein Regisseur oder ein Autor selber machen. Und dann ist das so, dass dieser Imagefilm, wenn er dann später produziert ist, natürlich nach den Wünschen des Kunden produziert wird. Bisschen anders als beim Werbespot beim Fernsehen, weil da geht es dann mehr um Zielgruppe, Targetierung, um Streuverlust. Geht es beim Imagefilm eher darum, eine hohe Reichweite zu erreichen. Also was ist die Herausforderung meiner Kunden oder unserer Kunden? Das wird ja bei dir ja nicht anders sein, Janis, dass natürlich diese Kunden erstmal mit diesen Imagefilmen viel erreichen wollen. Das heißt, die wollen natürlich eine hohe Sichtbarkeit haben, die wollen vielleicht damit auch einen Kunden gewinnen. Also ich nenne das immer Leadgewinnung. Ich habe in meiner letzten Videos darüber schon gesprochen. Und das finde ich, macht den Imagefilm so umfangreich. Und das Schöne ist natürlich auch aus unserer Sicht, aus unserer Sicht der Filmemacher, dass einen Imagefilm eigentlich jeder produzieren kann. Das kann halt in einer One-Man-Show produziert werden, aber natürlich auch in so einem großen Team, in einem großen Aufwand, sage ich mal, dahinter. Und das wird ja bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, Janis. Absolut, ganz genau. Ja, Imagefilm, wie du schon sagst, das Schöne ist eben, dass praktisch jeder einen Imagefilm produzieren kann. Und dass sich eben auch einen Imagefilm praktisch jeder Kunde leisten kann. Denn beim Imagefilm ist man nicht so festgefahren. Klar, beim klassischen Werbespot, wenn man da jetzt ein Skript schreibt, was fünf Schauspieler braucht und drei Locations und viele aufwendige Animationen, dann ist man natürlich immer bei einem etwas höheren Budget natürlich auch vom Aufwand her. Während man Imagefilme oft auch schon mit recht kleinem Aufwand produzieren kann. Im allersimpelsten Fall einfach nur Talking Head. Der Geschäftsführer sitzt vor der Kamera und pitcht, was er tut. Irgendwo im Firmengebäude. Dann vielleicht noch ein bisschen B-Roll dazu aus der Produktion. Man kann da schon relativ simpel anfangen. Kann natürlich aber trotzdem auch einen Imagefilm sehr, sehr bombastisch produzieren. Mit Drohnenshots vom Geländen, mit Einblicken aus der Produktion anreichern. Das heißt, beim Imagefilm ist man stilistisch nicht so festgelegt, ist budgettechnisch nicht so festgelegt. Und das macht natürlich gerade das Schlachtfeld Imagefilm auch sehr, sehr spannend für Firmen. Ja, das ist super breit gefächert. Ich weiß nicht, ob du, Janis, auch den Begriff Unternehmensfilm kennst. Das ist ja so ein Begriff, da geht es dann wahrscheinlich eher mehr darum, darunter zu verstehen, dass das Unternehmen sich einmal vorstellt. Zum Beispiel in Form von so einem Geschäftsführerinterview. Oder die Mitarbeiter werden für so einen Recruitingfilm vorgestellt beispielsweise. Aber mit Imagefilm meine ich natürlich eigentlich eher so den gut produzierten Werbefilm in dem Sinne, der für das Internet produziert wird. Aber es steckt meistens dann halt ein Auftraggeber dahinter. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie beim Reiseblog-Video oder generell bei so einem Making-of-Video, wo man halt aus eigener Tasche sozusagen diesen Film bezahlt. Also man leitet sich das Equipment, sondern man hat ja einen Auftraggeber, mit dem bespricht man alle Positionen. Also das, was wir hier machen, das heißt, wir besprechen immer sehr lösungsorientiert am Anfang. Natürlich gehen wir dann auch irgendwann in die Details, von wegen, brauchen wir jetzt eine Drohne oder so. Aber wir gucken erst mal, das wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein, was möchte der Kunde erreichen? Also beispielsweise möchte er mit einer geschalteten Insta-Kampagne, zum Beispiel auf Instagram, so sind ja diese Advertorials, diese Werbevideos sozusagen, die einem immer angeboten werden, machen wir momentan auch in diesem Hochkantformat, in diesem 4 zu 5 oder was das ist. Da wollen die dann am besten natürlich in ihrer Zielgruppe Werbung schalten und das ist dann deren Imagefilm. Also das steht auch dann tatsächlich in der konkreten Anfrage dann drin. Ist das bei dir auch so, dass die Kunden so an dich lösungsorientiert rankommen oder sagen die direkt, ja ich möchte aber Kameramann haben, Drohne haben, also sind die da schon sehr detailreich? Nee, bei mir ist es tatsächlich sogar oft noch einen Schritt weiter zurück, dass die Kunden eher sagen, naja irgendwie, wir sind gewachsen, wir müssten mal was machen mit Werbefilmen, was können wir denn da machen? Also meistens geht es sogar noch einen Schritt weiter zurück als bei euch, dass die Kunden ganz ohne konkrete Ideen kommen und ich dann erst mal im Gespräch herausfinde, okay, was ist gerade eigentlich euer Engpass? Braucht ihr mehr Kunden? Braucht ihr mehr Mitarbeiter? Also geht es eher Richtung Recruitingfilm oder Richtung Kundengewinnungsfilm? Dann selbst wenn jetzt klar ist, wir wollen mehr Kunden gewinnen, wo ist das Nadelöhr gerade bei der Kundengewinnung? Geht es um die Conversion, also habt ihr zum Beispiel super viele Leute, die über eine Google-Ad auf die Webseite kommen und dann aber wieder abspringen, dann braucht man eher etwas, was Vertrauensschaft auf der Webseite, den Produktnutzen in den Vordergrund stellt oder geht es zum Beispiel um eine Produkteinführung von einem neuen Produkt, wo dann die Reichweite das Wichtigere ist. Und selbst dann wieder kann man unterscheiden, wo wird das Produkt überhaupt verkauft? Wir haben ja jetzt in letzter Zeit recht viel für Foodbrands produziert. Da bringt ein Conversion-Video gar nicht so viel, weil das Produkt ja typischerweise nicht über die Webseite gekauft wird. Sondern eher im Supermarkt. Das heißt, wir brauchen da eher ein catchy Video, das aufs Produkt aufmerksam macht und im Kopf bleibt, sodass die Leute einen Wiedererkennungseffekt haben, wenn sie das Produkt dann im Supermarkt sehen. Andersrum, wenn ich jetzt für eine Personal-Brand, Coach, Trainer, Berater produziere, der jetzt nicht diese riesen Markenbekanntheit typischerweise erreichen wird, wie jetzt ein Dr. Oetker-Pudding oder ähnliches, da ist es natürlich wichtig, dass man eine sehr, sehr starke direkte Conversion hat. Also die Leute einem starken Problembewusstsein abholt, wenn sie die Facebook-Ads zum Beispiel sehen und sofort eine Handlung vornehmen, sofort auf die Webseite kommen, sofort sich zu einem Call anmelden. Und so ist es immer sehr individuell, wo die Herausforderung der Firma liegt, wo die Stärke und der USP, also der Mehrwert, den die Firma bietet, die Lösung, die die Firma bietet, liegen, um das dann eben bestmöglich in einem Werbefilmformat zu kommunizieren und dann eben auch die Ziele der Firma entsprechend durch diesen Film zu erreichen. Genau. Also es ist schon so ein bisschen so, kann man sagen, wie so eine Unternehmensberatungsfirma oder so ein Unternehmensberater, weil es oftmals, also ich weiß nicht, ob du das so kennst, entsteht die Kampagne zusammen mit dem Film. Das heißt, eine Firma zum Beispiel macht jetzt einen Relaunch oder es gibt ein ganz spezielles Jubiläum. Wir hatten mal 150 Jahre für eine Versicherung einen Film gemacht, beispielsweise, ich glaube, 150 Jahre waren es, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da ist natürlich die Frage, da besteht die ganze Firma schon. Das heißt, wir haben schon Logos, wir haben schon Farben, wir haben diese Mitarbeiter schon. Aber wie gestaltet sich jetzt, also der Film steht ja quasi für die gesamte Kampagne, was ich quasi nach außen hin, wie ich mich darstelle. Da sind wir sehr in dem Thema Unternehmenskommunikation, externe Unternehmenskommunikation. Das ist meinen Kunden sehr wichtig. Die reden oft von Wertevorstellungen. Das heißt, unser Film soll das und das darstellen. Zum Beispiel haben wir jetzt mal für eine Firma einen Industriefilm gedreht in einer Halle und da wurde dann mit einer ruhigen Handkamera gedreht, ohne Bildstabilisation, in einem Telebereich. Und du weißt, was passiert, es bewegt sich viel. Ja, weil du behältst die Kamera halt mal nicht so ruhig. Und dieser durch den sehr dynamischen Schnitt und durch gesetzte Fahrten, sage ich mal, die wir dann noch zusätzlich gemacht haben, ist halt so eine gewisse Dynamik entstanden. Das heißt, die wollten jugendlich wirken, frisch wirken. Die suchen zum Beispiel dann darüber jetzt neue Mitarbeiter. Das heißt, da wirklich sehr, sehr interessant, wie auch die Kunden, also was die für eine Vorstellung haben und was wir auch als erfahrene Filmemacher da natürlich mit reingehen können. Das heißt, du hast diese Vorstellung, Frau Müller, aber wie schaffen wir es jetzt, diese Vorstellung umzusetzen? Denn einfach nur, wir sagen mal, eine blinde Facebook-Ad zu machen und mal zu schauen, wir investieren mal 1.000 Euro im Monat, das macht ja eigentlich keiner, sondern man macht eigentlich einen Plan. Das heißt, bei uns ist es so, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wir machen eine richtige Beratung. Wir haben also einerseits jemand dabei, der dann auch wirklich das Konzept berät und jemand, der dann rein nur das Angebot macht, weil das Konzept ist nicht unbedingt das Angebot. Das heißt, das Konzept soll sich natürlich an dem Angebot orientieren, aber das Konzept muss vor allen Dingen auch diese Ziele des Films erreichen. Da erzähle ich oft in meinen Videos auch, wichtig, den Kunden zu fragen, was wünschen sie sich denn, anstatt jetzt dem Kunden zu sagen, naja, ich mache jetzt mal ein kaufmännisches Angebot mit Kameramann, Tonmann, Regisseur. Da kann eigentlich weniger was, die Leute weniger was mit anfangen. Die meisten wollen wirklich konkret wissen, was kann ich mit dem Film erreichen? Und ich vermute mal, dass es bei euch dann oder bei dir wahrscheinlich relativ ähnlich ist. Tatsächlich ist es sogar so, dass wir oft gar keine Angebote schreiben in die Richtung von wegen so und so viel Drehtage, so das und das Equipment, weil die meisten Kunden eh nichts mit den Equipment-Listen anfangen können, nicht wissen, was das für Kameras sind, was das für Objektive sind. Von daher machen wir auch meistens einfach, also das Videokonzept, dafür machen wir Layout, welche Botschaft wird transportiert, wie wird das Video aussehen, welche fertigen Filme bekommst du am Ende geliefert und schreiben da das Preisschild entsprechend dran. Genau, ich finde es auch sehr wichtig, in diesen Dialog mit dem Kunden zu treten, herauszufinden, was der Kunde möchte, aber vielleicht auch noch mehr Fokus darauf zu legen, was das Bedürfnis dahinter ist, so wie ich eben schon sagte, was für Kunden sollen gewonnen werden, was für Mitarbeiter sollen gewonnen werden, denn häufig sehe ich bei Imagefilmen, bei schlechten Imagefilmen so ein bisschen die Herausforderung, dass man eine Abteilung hat in der Firma oder einen Geschäftsführer hat und die im Grunde ein Konzept planen, das ihnen persönlich gefällt. Aber oft sind sie selbst ja gar nicht Zielgruppe von ihrem Unternehmen. Und da sehe ich oft so ein bisschen das Nadelöhr, wenn eine Firma aus sich heraus einen Imagefilm entwickelt und damit zur Produktionsfirma kommt und sagt, produziert uns das mal oder sehr genaue Vorstellungen einbringen, weil dann oft der Kunde zwar kurzzeitig happy ist mit dem Film, aber das dann vielleicht auch der letzte Imagefilm ist, den sie produzieren, weil sie danach sagen, hat ja nichts gebracht, wir haben ja keine Kunden gewonnen. Deshalb macht mir auch da dieser Beratende Aspekt immer sehr viel Spaß, wenn die Kunden uns das Vertrauen schenken, dass wir da recht früh in den Beratungsprozess mit reingehen und schauen, was ist jetzt wirklich das Ziel von dem Film und wie können wir das erreichen? Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich oftmals in den letzten, gerade in den letzten 10, 12 Jahren Werbeagenturen davor geschaltet sind und diese Werbeagenturen haben dann ein Konzept entwickelt für den Kunden und suchen dann einen in Anführungsstrichen technischen Dienstleister, der es umsetzt. Der macht sich natürlich dann aber auch Gedanken, ich spreche das jetzt extra einer dritten Person aus, der macht sich Gedanken, wie er das Ganze dann halt bildlich und vom Ton und von der Dramaturgie umsetzt. Aber das Schöne ist natürlich, wenn du dann deinen Kunden hast, der dich selber anfragt in dem Sinne, weil wir haben ja auch bestimmt einige Kunden, die solche Videos von uns hier bei YouTube sehen oder auch einen Blog von dir und von Kreativfilmen, da ist es natürlich so, dass die noch relativ am Anfang sind, dass es da natürlich um die Bedarfsermittlung geht und so weiter und ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil dieser Beruf, das ist ja das Abwechslungsreiche, du hast mal eine ganz konkrete Vorstellung von einer Agentur, da steht dann bei einer Agentur wirklich drin, wir haben das Budget, wir brauchen so und so viele Kameraleute, wir brauchen so und so ein Studio. Greenscreen ist bei uns auch sehr gefragt, zum Beispiel hier im Greenscreen-Studio in Düsseldorf, da arbeiten wir sehr viel mit zusammen, da wird dann wirklich gefragt, wir haben gesehen, sie arbeiten im Greenscreen-Studio, was kostet das denn bei ihnen? Und da ist man sehr konkret. Und dann gibt es diese Firmen, die sind sehr am Anfang. Und da gibt es dann wirklich, das wirst du wahrscheinlich so ähnlich sehen, so einen Prozess. Das heißt also, es gibt dann nicht diese klassischen sieben bis neun Kontakte bis zum Abverkauf eines Films, sondern der Kunde wird quasi, der landet dann jetzt bei der Sekretärin zum Beispiel. Die Sekretärin sagt, okay, das ist jetzt eine Anfrage für unseren Regisseur sowieso. Und dann redet diese Kundin wirklich direkt mit dem Regisseur. Und der versucht sich dann Gedanken zu einem Konzept zu machen. Der geht dann zum Beispiel zu mir und sagt, ich brauche jetzt dafür ein Angebot. Und da muss man natürlich dann sehr offen und transparent reden. Und ich finde das immer schön, wenn dann der Prozess wirklich, wir stehen jetzt gerade auch wieder kurz vor Veränderungen für einen, ja, kann man sagen, für einen relativ großen Werbefilm. Der wurde auf Rügen gedreht, wirklich mit einem wirklich großen Aufwand, würde ich jetzt einfach mal sagen. Für das, was da produziert wurde, wurde der Aufwand sehr hochgetrieben, auf jeden Fall auf Fernsehniveau, Fernsehtv-Spot-Niveau. Und da wurde wirklich jeder einzelne Prozess mit den Kunden durchgesprochen. Die Kundin hat dann vor Ort, die Auftaktgeberin, einem sehr viel Wertschätzung entgegengebracht, in dem Sinne, dass man eigentlich fast die komplette kreative Freiheit hatte. Weil wir haben vorher alles zu Papier gebracht. Wir haben geschrieben, wann wir wo sind, wann wird der Film fertig. Und natürlich haben wir auch die Schauspieler mit der Kundin zusammen ausgesucht. Also da wurden ja zwei Models eingesetzt in dem Fall. Also wird es demnächst, da auch noch ein bisschen Werbung zu machen, im Kanal von Kreativfilm ein Making-of von mir geben, wo ich auch wirklich dann erzähle, mit was habe ich denn da auch genau diesen Film produziert. Also da gibt es einerseits um die Abteilung, bei der Kamera zum Beispiel, was mit Sicherheit auch viele Filmmacher interessiert, bis hin zu wirklich, ich erkläre das Dolly-System, mit dem wir da gearbeitet haben. Da geht ja immer mein Herz auf, weil ich bin ja nochmal vom Herzen her, Kameramann. Hatte ich ja schon in einem der letzten Videos erzählt. Also das ist so das, was wir machen. Und wie gesagt, so eine Produktionsplanung kann sehr breit sein. Das kann halt wirklich dann erstmal nur ein Gespräch sein, wo dann ein Kameramann fährt, wie du es sagst. Das kann aber auch natürlich ein größeres Projekt sein. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, Janis, an der Stelle, wie planst du denn deine Projekte? Also machst du das jetzt mehr tendenziell in einer One-Man-Show, vielleicht mit einem Assistenten, wo du dann selber auch Regie machst? Oder hast du dann auch so ein Team, wo du dann sagst, von wegen, da hat dann einer wirklich nur die Aufgabe, die Schärfe zu ziehen bei so einem Dreh? Das hängt immer sehr von der Projektgröße ab. Ich habe auf meinem Kanal dazu auch schon mal eine Videoreihe veröffentlicht, wo ich hinter die Kulissen von einem meiner Projekte mitgenommen habe. So Behind-the-Scenes werden auch noch öfter kommen. Und ich muss auch gerade ein bisschen grinsen, als du darüber gesprochen hast, dass da jetzt bei dir so eine Behind-the-Scenes-Reihe kommt. Denn mein erstes Behind-the-Scenes auf meinem YouTube-Kanal hatte ich tatsächlich geplant, also ein Video von zehn Minuten Länge oder so, habe mich dann vor die Kamera gesetzt und einfach mal im Kopf die ganzen Schritte durchgegangen in der Produktion. Am Ende hatte ich da 50 Minuten Content und ist dann eine vierteilige Serie geworden, weil es doch echt relativ viele Schritte sind, die zu so einer Planung dazugehören. Und bei uns sind die Projektgrößen sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben kleine Projekte, die gerade so überhalb der 1.000 Euro liegen. Wir haben größere Projekte mit hohen fünf-, teilweise sechsstelligen Budgets. Und davon hängt natürlich auch ab, wie man am Set arbeitet. Und bei größeren Produktionen, wo mehr Leute beteiligt sind, gibt es natürlich auch mehr Punkte, wo etwas schieflaufen kann. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder Punkt perfekt läuft. Das heißt, wenn ich einen Shot habe, der relativ simpel ist, dann kann ich auch mit einem guten Autofokus-System arbeiten. Weil im Worst Case, wenn der Fokus das ist, was dann gerade nicht passt, dann drehe ich den Shot halt einfach noch ein zweites Mal, wenn es ein simpler Shot ist. Wenn ich aber komplexe Shots baue, in einem Video mit einem hohen Budget, wo vieles passen muss, wo zum Beispiel ich einen Darsteller vor der Kamera habe, wo die Emotion und die Message on Point sein muss, dann wäre es schade, wenn ich das gerade nicht drauf habe, weil dann der Fokus nicht gepasst hat. Und so, je anspruchsvoller die Shots, je mehr Leute beteiligt, desto spezifischer sind dann auch die Rollen, weil man sich dann einfach ab einer gewissen Größenordnung weniger Fehler erlauben kann. Weil sonst man einfach den Shot hundertmal drehen müsste, damit dann zufällig gerade Fokus passt, unzufällig noch Licht passt, unzufällig noch Kamerabewegung passt, unzufällig noch der Ausdruck des Darstellers passt. Ab einer gewissen Größenordnung muss es natürlich on Point sein. Gerade bei Unternehmensfilmen, wenn man jetzt reingeht, ein bisschen Behind-the-Scenes in der Produktion dreht, kann man es aber oft auch schon mit ein, zwei Leuten umsetzen. Weil man da die Produktion läuft die ganze Zeit durch, man hält drauf, bis man es im Kasten hat. Da ist es dann oft ein bisschen simpler. Genau, also ich glaube, da kann ich auf jeden Fall die Meinung mit dir teilen, was glaube ich ein bisschen auch hilft für dieses Video, da auch noch mal ein paar Tipps zu geben. Ich kann ja vielleicht ein bisschen mal erzählen, wie ich so ein Team zusammenstellen würde. Weil du sagst jetzt auch, man kann mit ein, zwei Leuten da schon wahnsinnig viel machen, da gebe ich absolut recht. Es gibt viele, gerade so Recruiting-Filme oder Filme, die, sagen wir mal, jetzt nicht mit zehn Schauspielern sind und wo man dann den ganzen Kühlbogen in Düsseldorf abriegeln muss, nur um diesen einen Shot zu machen. Also es kam jetzt nicht vor. Es ist jetzt wirklich ein von deinen Haaren herbeigezogenes Beispiel. Da ist es so, dass wir oftmals, also bei uns ist so ein ganz klare, also so ein ganz klares Setting, was wir da haben. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für dich, wenn du jetzt gerade dabei bist, dieses Video zu sehen und sagst, naja, ich möchte jetzt nach meinem Konzept, was ich durchgereicht habe, vielleicht jetzt mal starten und dann auch wirklich das Team zusammenzustellen. Würde ich jetzt erst mal überlegen, welche Position kann ich selber am besten bedienen? Das heißt, zum Beispiel könnte man jetzt auch sagen, naja, ich mache ein bisschen Ton, ich mache ein bisschen das Bild, ich mache auch ein bisschen die Kundenbetreuung, weil oftmals ist der Kunde ja dann doch spontan dabei. Und wer kümmert sich denn dann um den Kunden vor Ort? Und wir haben da meistens so eine Lösung mit drei, mit einem Dreimann-Team. Das ist jetzt nicht das klassische Fernsehteam, was man von früher kennt, sondern diese Leute besetzen mehrere Aufgaben. Wir haben zum einen den Regisseur oder Realisator, nennen wir den. Das ist definitiv immer derjenige, der hier am Telefon mit den Kunden die ganzen Sachen besprochen hat, der setzt den Film wirklich auch mit den Kunden um. Das heißt, es wäre die Person Nummer eins, die quasi eine Art Mischung aus Projektleitung hat, aber auch das kreative Konzept im Kopf behält, der dann auch wirklich mit dem Konzept, mit dem Kunden vor Ort den Kunden auch abholt, aber auch Darsteller, zum Beispiel kann ja auch ein Geschäftsführer-Interview, kann ja auch mit einem Darsteller gemacht werden, zum Beispiel mit zwei Mitarbeitern, der das kommuniziert. Und dann haben wir diesen Block der Kamera- und Tonabteilung und da ist es so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt sage, meine eigentliche Profession ist die Kameraarbeit, dass ich zum Beispiel Lichtsetzung mit Kamera mache und dann hole ich mir meistens noch einen Assistenten dazu, der den Ton dann macht, weil dann kann ich so ein bisschen mich bei dem Dreh auch wirklich komplett auf den Protagonisten einstellen, denen noch ein paar Tipps geben, die sind ja meistens sehr nervös vor der Kamera, sage ich mal, wenn sie jetzt keine Schauspieler sind und halt nicht auf das Licht konzentrieren. Also was wir versuchen oft zu machen, ist halt mit ganz kleinem Equipment und auch vor allen Dingen mit wenig Zeit ein schnelles, schönes Setting zu machen, das filmisch aussieht. Also das Ideale wäre immer, dass jeder sagt, das sieht ja aus wie eine Netflix-Serie. Und Ton und Assistenz, das heißt diesen Aufbau des Kamerasettings und den ganzen technischen Aufbau, also steht das Stativ jetzt ein bisschen weiter links und ein bisschen weiter rechts, das macht dann der Assistent. Und da versuchen wir dann immer im Vorfeld, das wäre jetzt auch mein Tipp an die Zuschauer, sich mindestens bei den Kunden eine Stunde Zeit zu nehmen, also jetzt mal abgesehen vom Vorgespräch, um das in Ruhe einrichten zu können, bevor dann der Auftraggeber dazukommt. Und dann muss es ganz schnell gehen, weil dann hat der Herr Müller oder der Herr Meier ja irgendwie danach noch einen Termin, weil das macht schnell die Leute nervös. Und dann machen wir das so, dass wir dann wirklich einen haben, der macht die Kreation, der ist auch wirklich der kommunikative Part. Dann haben wir denjenigen, der das Bild macht, der macht das Bild aber auch dann meistens alleine. Kurz vorher kommt dann der Regisseur dazu und sagt, okay, das passt zu unserer Story und wir haben Ton und Assistenz. Und das ist so eine Dreierkombination, die sehr, sehr oft sehr gut funktioniert und die ja jetzt auch nicht besonders kostspielig sein muss. Ja, das machen wir relativ ähnlich. Ich mache es meistens so, dass ich die kreativen Entscheidungen selbst treffe und dann eben ein bis zwei Set-Helfer habe, die dann das Hin- und Herstellen machen, sodass ich dann eben durch die Kamera schauen kann, während das Licht bewegt wird. Ich sage dann, hey, wenn wir da ein bisschen da, Spitzlicht ein bisschen spitzer, solche Geschichten. Und gerade bei Interviews, das hast du auch schon angesprochen, die Leute sind oft ein bisschen nervös vor der Kamera, wenn sie keine professionellen Darsteller sind. Und da hilft es auch oft enorm, in einem kleinen Team zu arbeiten. Ich habe es auch oft so gemacht, dass ich die technische Einrichtung mit meinem Team gemacht habe, dann alle anderen rausgeschickt habe und dann wirklich nur noch alleine hinter der Kamera stand, damit man nicht so viele Augen auf den Geschäftsführer hat, der dann auf einmal vor der Kamera performen muss. Ich habe zum Glück auch selbst, als ich schon selbstständig war, noch zum Spaß eine Bühnenfachausbildung gemacht, eine Dreijährige, wo ich auch noch ein paar Techniken mit an die Hand bekommen habe, wo ich die Leute aus sich rauskitzeln kann. Wenn sie nicht die Zähne auseinander bekommen, etwas undeutlich sprechen oder einfach nicht so viel ausstrahlen, gibt es auch noch ein paar Techniken. Aber klar, ich meine, vor der Kamera performen ist ein emotionaler Job, ein anstrengender Job. Und je weniger Leute am Set, desto geringer ist der Druck und desto mehr fühlen sich die Leute dann auch zu Hause und können sich entspannen und normal und natürlich in die Kamera sprechen. Das ist ein Riesenvorteil. Aber da sagst du wirklich auch mal wieder einen ganz heißen Tipp für unsere Zuschauer. Also wenn du sagst, in dem Moment, wo der, sagen wir mal, der Protagonist vor der Kamera, nennen wir ihn jetzt einfach mal der Geschäftsführer der Firma XY GmbH, dann den das nervös machen würde, dass da viele Leute stehen, weil die Leute sind ja ruhig, die sind ja in dem Moment nicht noch was am Hantieren, außer dass sie vielleicht eine Tonangel festhalten oder so, weil die Stative stehen ja, dann ist es natürlich so, es ist ein guter Tipp mal zu sagen, kommen alle Leute raus, weil ganz oft habe ich das auch so, dann ist noch die Assistentin dabei und der Mitarbeiter der Fachabteilung, wie das immer heißt und der möchte dann auch immer noch mit seiner Kladde was dazu sagen. Das ist oft schwierig, das macht die Leute schnell nervös und auch unsicher. Ich habe wohl noch so einen Tipp, weil wir werden ja bestimmt gleich noch mal im Verlauf der Videos oder des Videos noch mal auf das Thema größere Teams kommen, habe ich aber tatsächlich noch was herausgefunden, was auch ein guter Hack ist, so ein kleiner Tipp. Was ich jetzt auch für meine YouTube-Videos verwende und zwar sind das kleine Puderpinsel mit so einem ganz kleinen, um das Gesicht matt zu machen, ein ganz kleines Equipment nur für die Kleidung und fürs Gesicht sozusagen. Was die Leute ja oft nervös macht, ist, wenn die dann noch schwitzen, die sind in der Konzentration ihres Interviews und sagen, okay, jetzt muss ich gleich performen, es geht um meine Firma, ich muss das jetzt gleich wirklich gut sagen, sehe ich denn gut aus? Und dann habe ich den Trick oft gemacht, das ist meistens auch meine Aufgabe, aber ich mache das gerne, habe ich einen frischen Puderpinsel dabei und ja, so ein kleines Make-up-Kit, das ist nicht teuer, das kostet irgendwie bei Amazon zusammen 12 Euro oder so und dann gehst du damit hin und puderst ihn noch einmal ab und dann hast du so einen Roller, der kostet 99 Cent bei Ikea und da rollst du dann einmal noch mal die Fussel vom T-Shirt oder vom Anzug oder was auch immer, das wirkt absolute Wunder, das bricht auf einmal dieses Nervössein, diese Kühlen ist, die da manchmal entsteht, weil wie es oft Kameraleute, wenn ja, dann redest du hier, komm da 35 Millimeter, Blende 2,8, dann von hinten noch eine Spitze mit 5,6, keiner redet mit dem armen Mann, der Regisseur ist natürlich auch die ganze Zeit voll im Fokus seiner Story und überlegt jetzt schon, ihn darauf einzustellen und dann ist es so ein cooler Tipp, also Puder einfach rausholen, Herr Müller, darf ich sie noch einmal vorher, darf ich einmal kurz vorher zu Ihnen rein und Ihnen das machen und meistens machen die das mit einem Lächeln, es gibt kaum jemand, der das bisher verneint hat und es ersetzt auch den teuren Posten des Make-up-Artists und wir werden ja bestimmt noch mal über größere Teams sprechen, Make-up-Artist ist ja auch ein spezieller Beruf und so muss man auch einkaufen und jemand, man hat wieder eine Person mehr am Set und es hat ja auch Nachteile, wenn ich mit einem größeren Team da bin, also werden wir bestimmt auch noch einmal darüber sprechen, aber das war so ein Tipp, den ich noch unbedingt mit reingeben wollte an der Stelle. Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Jannis, das hat wirklich viel Spaß gemacht und ich denke mal, es war auch sehr viel Input dabei hier für den Kanal auf Kreativfilm. Wenn du das Thema spannend findest, dann solltest du auf jeden Fall hier den Kanal erstmal abonnieren, wenn du es dich eh schon getan hast und für alle anderen, für die das Thema neu ist, sollten auf jeden Fall bei Jannis mal vorbeischauen auf seinem Kanal, ich werde auf jeden Fall in der Videobeschreibung den Kanal sehr, sehr gerne verlinken. Ja, dann freue ich mich jetzt erstmal aufs nächste Video hier im Channel und sage Tschüss, bis dann.